Kopfschmerzen Kopfschmerzen sind eine der häufigsten Beschwerden, die uns im Alltag das Leben schwer machen. Egal ob dumpfes Pochen, stechender Schmerz oder Migräneanfall, die vielfältigen Ausprägungen dieses Schmerzbildes haben eines gemeinsam. Sie nehmen einen Großteil der eigenen Aufmerksamkeit in Anspruch. Diesen Schmerz kann man nicht ignorieren. Und es macht dabei keinen Unterschied, wie gewohnt Sie diese Anfälle bereits sind. Wenn Sie unter regelmäßigen Kopfschmerzen leiden, dann sind Sie einer ständigen Belastung ausgesetzt, über die Sie nicht hinwegsehen können. Der Schmerz raubt Ihnen einen wichtigen Teil Ihrer Lebensenergie und Lebensqualität. Der Auslöser für Ihre Kopfschmerzen kann vielfältig sein. Zum Beispiel Stress, emotionelle Belastungen, zu viel Bildschirmarbeit, Wetterwechsel, Schlafmangel oder hormonelle Schwankungen. Das Unbefriedigende an der Sache, es kann durch diese Zustände zu einer Auslösung Ihrer Beschwerden kommen, es muss aber nicht. Vielleicht sind Ihre Kopfschmerzen aber auch Begleiterscheinungen einer zugrunde liegenden Erkrankung, seien es Allergien, Bluthochdruck, Verspannungen oder eine von vielen weiteren Vorerkrankungen. Wir behandeln unterschiedlichste Formen von Kopfschmerzen und Migräne. Das Team des Gutshauses ist darauf spezialisiert, therapeutisch Antworten auf Ihre Beschwerden zu finden. Eines haben nämlich all diese Schmerzbilder gemeinsam. Es gibt immer eine Ursache für die Symptome. Häufig ist allerdings zu beobachten, dass mehrere Ebenen von Ursachen übereinander liegen. So liegt beispielsweise eine Nahrungsmittelunverträglichkeit vor, Blockaden der oberen Halswirbelsäule wie auch ein hoher Blutdruck. Oder man hat eine unnatürliche Körperhaltung in Verbindung mit Verspannungen des Schultergürtels, ebenso wie chronisch emotionellem Stress. Es gibt unzählige Auslöser, die ineinander greifen und für Ihren Kopfschmerz verantwortlich sein können. Und hier kommen wir ins Spiel. Durch die interdisziplinäre Ausrichtung unseres Expertinnen-Teams können im Gutshaus fachübergreifend Ebenen untersucht werden, die sonst kaum beachtet werden. Bei uns werden sie unter ganzheitlichen Gesichtspunkten betrachtet und therapiert, um bestmöglich die echten Ursachen Ihrer Schmerzen zu finden und diese positiv zu beeinflussen. Auf das Sie wieder gekonnt Ihren Alltag meistern können, ohne dabei von Kopfschmerzen oder Migränesymptomen geplagt zu werden. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie Menschen, die mit starken Schmerzen zu uns gekommen sind, von eindeutigen Verbesserungen ihrer Zustände berichten können, bis dahin, mit der Beschwerde frei durchs Leben zu gehen. Unsere Motivation ist groß, Sie, ausgehend von Ihren individuellen Beschwerden, hin zu einer neuen Ebene der Gesundheit zu begleiten.